Wenn Sie eine Illustration für Web und Geräte speichern möchten und hier dann unter Datei für Web und Geräte speichern gehen, dann können Sie als Vorgabe auch Portable Network Graphics wählen. Portable Network Graphics sind etwas größer als GIF-Dateien und haben aber viel weniger Optionen. Die Farbtabelle ist nicht nötig, denn das in dem Bild ähnlich wie in einem JPEG alles an Farben noch drin ist. Die Bildgröße lässt sich verändern und auch CSS-Ebenen kann ich wieder aktivieren, damit das Element fest platzierbar in einer Webseite möglich ist. Möchte ich jetzt wissen, wie lange braucht ein Browser, um diese Datei zu laden, dann kann ich hier unten eine Zeitangabe sehen. Da steht jetzt gerade 17 Sekunden bei 28,8 KBit pro Sekunde. Jetzt können wir hier mal einstellen, dass es auch natürlich andere Übertragungsgeschwindigkeiten geben kann, andere Anbindungen. und Sie können hier einstellen, zum Beispiel wenn Sie DSL haben, wie lange das dann dauert zum Laden und dann steht da drei Sekunden. 21, 22, 23 ist immer noch ziemlich langsam, haben Sie aber eine ganz schnelle Verbindung, dann kann sich das noch stärker reduzieren, wie Sie sehen, aber weniger als eine Sekunde ist fast nicht möglich, denn hier ist die Datei eh schon sehr klein, zum Beispiel als GIF. Die Darstellung beim PNG ist etwas kräftiger als beim GIF, wie Sie sehen können, da die Randpixel nicht weich gezeichnet werden, also nicht verlaufen sind, sondern eben kräftiger bleiben. Hier bei diesem GIF hätte ich das Problem, wenn ich jetzt eine Transparenz einschalte, habe ich ja, dass ich hier manchmal unschöne Randpixel bekomme. Man kann das ganz gut sehen in der Vergrößerung, hier sind jetzt so graue Randpixel und wenn ich einen Hintergrund habe, eine Hintergrundfarbe, dann fügt sich das nicht harmonisch ein. Das ist anders beim PNG, hier habe ich halbtransparente Pixel am Rand, sodass ich das harmonisch in einen Hintergrund einfügen kann. Das ist eigentlich meistens der Hauptgrund, warum man PNG speichern möchte, weil man eben genau diese Transparenz am Rand haben möchte. Speichern wir das mal als Scharf 1 und zwar auch wieder nur Bilder. Natürlich gibt es sogar noch eine zweite Möglichkeit, eine PNG-Datei zu speichern aus Illustrator heraus und die Programmierer machen es natürlich immer nochmal richtig spannend. Wo finden wir das? Unter Datei für Office speichern. Für Office speichern schlägt mir jetzt sofort den Dateityp PNG vor. Eigentlich auch nur PNG. Was das eigentlich blöde dabei ist, dass ich jetzt hier keinerlei Einstellungen machen kann. Die Einstellungen sind laut Adobe schon optimiert für Office. Wenn ich jetzt beide PNG-Dateien später miteinander vergleiche, wird man wahrscheinlich bei dieser Illustration keinen Unterschied sehen, aber bei anderen Illustrationen kann es schon sein. Probieren Sie das im Zweifelsfall aus, wenn Sie für Office, für Word oder für PowerPoint irgendwelche Illustrationen speichern müssen, dass Sie einfach mal beide Wege gehen, beides platzieren und dann sich anschauen, wie Ihr Motiv am besten aussieht.